Musik Unsere GFO-Pflege bietet ein abwechslungsreiches und erfülltes Leben in Gemeinschaft. Wir möchten, dass unsere Bewohner, Gäste, Klienten und Patienten bestmöglich und aktiv am Leben teilhaben können. Bei uns ist niemand einsam. Wir sind für Menschen da, die Hilfe und Unterstützung benötigen. Das ist unser franziskanischer Auftrag. Wir sorgen uns um die Hilfsbedürftigen und nehmen uns Zeit für sie. Wir orientieren uns dabei an den Wünschen, Möglichkeiten und individuellen Lebenswegen der uns anvertrauten Menschen und deren Familien, zum Beispiel bei demenziell erkrankten Personen. Wir verbinden professionelle Pflege mit menschlicher Nähe und christlichen Werten. Unsere GFO-Zentren stehen für Pflege aus einer Hand. Vom Servicewohnen in der eigenen Mietwohnung über die ambulante Pflege und Betreuung, sowie die Tages- und Kurzzeitpflege bis zur stationären Pflege für Jung und Alt. Und auch für Menschen mit Demenz- und Wachkoma-Patienten sind wir da. Dabei bieten wir jedoch viel mehr als Pflege. Denn wir gestalten den Lebensabschnitt unserer Bewohner und Klienten mit. Herzlich, engagiert und qualifiziert. Wir pflegen, unterstützen und begleiten. Und wir leben, feiern, lachen und trauern gemeinsam. Wir sind Teil des Staaten-GFO-Verbundes, zu dem auch nahegelegene Krankenhäuser und medizinische Versorgungszentren gehören. Das gibt unseren Bewohnern und Klienten rundum Sicherheit und Geborgenheit. Wir sind franziskanisch, offen, zugewandt.